hallo youtube meine lieben da bin ich wieder euer kolke gaming und ja es ist der zweite dezember und wir öffnen heute unser zweites häuschen ich bin gespannt wir haben ja gestern den die anleitung bekommen den deutsch für den deutsch 30 d30 und da war dann auch noch hier ein sicherheitshinweis mit bei und ja jetzt machen wir haus nummer zwei auf so ich mache direkt auch mal die andere cam mit an damit man die dann auch sieht so gibt mir eine kleine sekunde da ist so ok dann würde ich sagen fangen wir mal an damit ich lege mal die sachen hier beiseite weil die brauchen wir jetzt noch nicht weil wir wollen ja jetzt erstmal auspacken und dann schauen wir mal was es da noch passiert natürlich gibt es dann auch wie immer jeden abend unsere kleine alpenfarm mitten auch zu sehen 18 uhr 15 haben was drinstehen jeden abend für euch und da kommt dann natürlich auch so einiges neues und was wir neu machen ich freue mich da die ganz tierisch drauf die jungs sind im hintergrund immer ganz viel am arbeiten und und dran am rumbasteln was wir denn da so veranstalten werden jetzt bin ich ja da sind drei teile zwei teile okay zwei teile okay also wir haben hier einmal ein ich habe keine ahnung was es sein soll das ist sehr komisch tja nochmal für die große kamera also es wird wahrscheinlich irgendwas mit vorne zu tun haben und ich würde fast sagen das ist wie ein gewicht oder so wo das rein ist aber wir gucken einfach mal in die bauanleitung und dann schauen wir mal ob wir das auch schon zusammenbauen können ich habe keine ahnung deswegen gucken wir mal rein legen wir uns das mal hier hin das gute stück einmal da und einmal da vorne so damit ihr das auch seht und dann gucken wir doch mal in die bauanleitung und ich bin echt gespannt ich hoffe dass das auch so passt okay also schritt eins sind zwei teile also das ist teil drei hier und das sollte halt zwei sein das kleine teil hier so okay das passt aber noch das ist ein ich glaube das muss so das sieht ganz gut aus tatsächlich guck einer an und schon haben wir die ersten beiden teile hier zusammengebaut von unserem kleinen deutscher sieht es nämlich so aus also das hier ist das kleine teil da und ich zeige es nochmal in der großen kamera also hier das teil hier wenn ich jetzt den war das kleine teil also teil drei das große teil zwei das kleine das teil zwei musste auf die rückseite dann hier hinten rein ok ja meine lieben das war schon wieder ein törchen mehr geöffnet bleiben uns jetzt noch genau 22 bis heiligabend und ich denke mal bis dahin haben wir unseren kleinen deutsch dann hier auch fertig im format das wollte ich noch hinzufügen ich meine das war 1 zu 24 wenn ich mich da jetzt nicht irre und ich sehe gerade guck mal hier da ich versuche es mal in die kamera hier unten zu blenden und zwar wartet das war das teil da das teil haben wir gerade eingebaut ja die folgen werden natürlich jetzt auch was länger also wir sind jetzt schon gut dabei und haben den ersten satz hier fertig ich freue mich tierisch ich bin echt gespannt und ich bin auch gar nicht mehr so aufgeregt wie ich mal wie ich gestern war ja und von daher war es das für heute ich wünsche euch noch viel spaß und wir sehen uns dann bei unserer kleinen farm haut rein ciao